Das war Werdmölder, muss ihn von da oben geschnappt haben. Lass mal die Fledermars. Zurück in den Kampf, er sind noch nicht... Versteht. Komm raus, du verdammter Feuchtling! All deine Entscheidungen haben sich hierhin geführt. Das war Schicksalwälder, in den Ausland zu sterben. Ich öffne dich, ich muss mich! Der ist weg! Gebt mir Deckung, ich kümmere mich um ihn. Gute Idee, kannst du mich hören? Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Wenn ich diesen Freak in die Finger kriege, breche ich ihm jeden Knochen einzeln! Nicht, wenn ich zuerst da bin! Hörst du das, Badman? Wir werden dich kalt machen! Keine Anzeichen für einen Kampf, jemand hat sich angestrichen. Ganz plötzlich konnte ich nicht mehr atmen und bin unsichtig geworden. Auf die Beine, wir haben hier Probleme! Wir brauchen Sichtkontakt zum Zählen! Was? Hab ihn verloren! Sucht weiter! Lasst ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern! Kannst du mich nicht anschauen, Batman? Mir nicht ins Gesicht ziehen? Komm raus, Feigling! Feigling! Mach schon! Schau mir in die Augen! Wir töten dich, Batman! Gleich hier! Wir wissen, dass wir hier sind. Ich wusste es. Hast du Angst, dich zu zeigen? Überrascht mich nicht! Tja, ich bin hier! Komm doch, wenn du dich traust! Wir töten dich für das, was uns angeht, Analyse! Wir töten dich für das, was uns angeht, Analyse! Das kann ich jetzt nicht tun. Das kann ich noch nicht tun. Was ist mit dir passiert? Verdammt, was ist... Ich kann das jetzt nicht tun. Scheiße, kaputt! Ich brauch nur neue! Ich kann noch nicht tun. Ich kann auch nicht tun. Ich kann mich nicht tun. Ich muss mich nicht tun. Nicht tun, sondern ich kenne dich. Ich kann auch noch mal nehmen. Wo hast du dich nicht tun? Wo hast du gar nicht tun? Ich kann noch eine الذيdyen Tatsache sein. ich habe zufällig bringen vorbei holen sie seine männer ich bin ich ein frik das war nicht meine Schuld. Du warst es, der diesen Giftwerfen mit Bastard eingeloggt hat. Sag, bist wir retten, Gotham. Es tut mir leid, Harvey. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Nimm deine Fledermausgriffel von meinem Bauch. Ja, er hat mehr drauf als du. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Wohl immer noch im Dienste der Gerechtigkeit. Was, Batman? Unmöglich! Ich denke an die Verbrechen, die du verpasst hast, um uns zu fassen. Wie geht's denn so, Harf? Nenn mich unsensibel, aber ich bin einfach zu neugierig. Wurde wirklich alles in der Mitte geteilt?